. 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 Ja, gehen wir mal hier. Ja, servus. Oh Gott, was we wüsten jetzt bitte? He'll find something too, he always does. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Crimshaw. Tschüss. Boxed man at all, nicht weg. Das ist das Gefallen, oder? Okay, gibt es Informationen oder das? Betrauen. Also, das glaube ich, habe ich eh schon. Das letzte Mal, der Socker nix. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein bisschen. Ich dachte, Herr Williamson könnte ein Wort haben. Du bist bereit, Herr Schatz? Ich habe gesagt, Herr Schatz, ich habe gesagt, ich habe alles. Ich weiß nichts. Es sind keine Freunde meiner. Ich habe nur mit ihnen gefahren. Oh Gott. Du siehst, wir haben das gehört, also wie Sie sagen, die Wahrheit? Das ist das, was Sie wollen, was ich tun? Er hat ihn, also die nächste Mal, er hat seine Hose, ist es zu erzählen, was ist zu erzählen, was passiert! Ah! Wer ist mein Kind? Was ist mein Kind? Was ist das? Ja, ich möchte uns viel trainingen. Bis zum Beispiel. Ich bin hier. Hier. Ja! Was ist er? O, wo ist er? Oh Gott? Ihr seid jeden Tag, Herr Schatz. Wer wisse Probleme. Ähm. Fertiglich. Die Unix war eines der glücklichsten und glücklichsten Ich mag ihn nicht. Ich meine, ich mag ihn sogar weniger, als ich dich mag. Keine Entschuldigung. Okay dann, Partner? Warum holst du ein paar von uns da hin? Genau jetzt! Das ist, Dutch. Das sollte Spaß machen. Okay, du. Komm schon. Let's go. Ich hoffe, dass du uns nicht versucht hast, O'Driscoll. Ich bin kein O'Driscoll. Okay. Ich bin kein O'Driscoll. Ich bin kein O'Driscoll. Wo ist mein Pferd? Der ist da? Nein. Warte. 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 Das ist erst ein Sattel, oder was? Wo ist mein anderes Pferd? Das ist mein Pferd. Da haben wir es. Da ist mein Pferd. So, da, geht schon los. Geht schon. Ich muss sagen, ich bin ein O'Driscoll. Du siehst du wie einen und... Du riechst wie... Gott, verdammt! Du riechst wie einen, auch. Ich riechst wie verdammt. Das stimmt! Du bist großartig. Morgan! Du hast knifst in deinem Sattelback. Dug sagte, dass du... Ich wollte sie geben. Und ich mache dir die größte, dass du über ihn erzählst. Der nächste Mal, du willst mir etwas geben, wie sollst du es mir geben? Du hast es mir, anstatt es zu schüren. Ich hoffe, dass es die Möglichkeit kommt, um ihn zu erzählen. Das letzte Pferd. Hey! Hey! Wenn ich meine Beherren habe, dann ist es hier. Ja! Ich weiß dieses Land. Ich nehme diese Reise durch die Räume. Ich nehme diese Reise durch die Räume. Du hast mir nicht gesagt, wie die O'Driskels riecht wie, bevor du mich mit ihm riecht. Das ist, weil du nicht bereitstabend mit uns riecht. Du hast gesagt. Ich rieche wie ein Stahl nicht in einem Monat geöffnet. Ich rieche so, weil du mich da oben da oben so lange. Du riechst wärmerig, wenn wir tun, was jemand zu reden. was du für dich? Ja. 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 Ich bin mit einem schlechten Leben. Ich versuche, zu machen, wenn ich das kann. Du wirst nicht wissen, die Hälfte. Ich weiß, dass Colm die Hälfte von der Dutch. Und das ist der Mann, mit dem du gehst? Eine Frau. Ja. Es war, nachdem er seine Bruder hat. Und wie ich das entstanden habe, dass... Du wirst für den Mann und seine Schulden. Was hast du in die Räume? Ich bin nicht. Ich versuche, zu helfen, ehrlich zu sein. Eine Sache ist falsch. Eine Sache, eine Sache, außer dass du lustig bist, bist du der erste, O'Driscoll zu schießen. Jetzt gehen wir nach links, Rott wird uns um und um. 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 Ich werde sie mit deinem Boot verlassenen. Ein Ding zu sein. Ich werde meine Brüder aus dem Boot und bin bereit. Es ist eine Möglichkeit. Bill. Was? Es ist eine Chance. Das ist es! Der Kaffner ist nur auf der anderen Seite dieser Helle! Okay, aus deinen Horsen. Let's go! You gonna get them knives? I said easy. Follow me. Alright, it ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you. Every moment. I ain't gonna chop you now. Come on. You'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your balls first. Jesus Christ. Hey. There. Over there. You see? Okay. Get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there, too. Are these fellas armed? Armed? Drunk. Where are these strangers? Yep. In Cole Modrisco? Well, he'll be held up in this cabin. He'll be passed out, booze blind, likely as not. And over there. Someone's coming. So, uh, who's gonna tell them where you got nothing for the pot? Oh, what do you think? Tell them to spook the game, I reckon. I'm gonna dread it. I'll catch up. No. We're gonna fall for that. We're gonna wait, so you can tell them yourself. Yeah, yeah, yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, he'd be that mean son of a bitch. Mm-hmm. Yes, sir. Come on. Shake it off. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree? I'm gonna get into it, man. We're here. You want me to take off in the floor? Let's get closer. What do I need to shoot? I don't know. Shit. What do I need to shoot? What do I need to shoot? Yeah. Super. And now? What do you want to shoot? W- I can take off of it. You can't do it. You can't do it either. You can't believe in this. And what are we doing? Sooner we get this over with… This is what I'll live for. Yeah. It worked. Funktioniert. Geile Sache. Geile Sache. Blündern natürlich. Die warten wieder nicht auf mich. Oh, da ist noch einer. Shit. Oh, oh, da ist noch einer. Ah, da sieht man auf der Minimab, wo er hinschaut. Ja, schaut eh runter. Geile Sache. Wo ist mein Messer? Was ist? Ja, ja, den Stich auch. Oh, da kommt einer. Moment, Moment. Was tut schon da hin? Ich hoffe, der geht weg. Der bewegt sich dort nicht. Aber jetzt. Oh, da? Oh, da ist noch einer. Oh, oh. Wir wollen das. Shit. Oh, oh. Morgan. Von der drüben Seite. Ist, glaube ich, gescheiter. Oh, ich habe einen Pfeuernbogen auch. Wo ist denn der? Ich würde ihn mit Pfeuernbogen obballern. Oh, der kommt wieder zurück. Ah, das ist der andere. Okay. Ich sehe nur das rote Pfeuernbogen. Ah, da sitzt er. Und da hinten geht der eine. Okay. Soll ich nur noch warten, bis er weg geht? Ich bin total angespannt. Jetzt geht er weg. Zack, der ist weg. Zack, der ist weg. Dass wir mal die anderen wegkommen, ne? Ich habe die anderen weggelegt. Ich interactive. Er, ist weg. Wir wollen die anderen wegnehmen. Wir wollen die anderen weggehen. Aber das weitergehen muss. Wir wollen die anderen weggehen! Weg! 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 Ausweichen! Der Ringo wieder in die Schutzlinie. Ups, wir sind da drinnen, weil wir in die Deckung gehen. Hoppala! Na komm her! Na komm her! Noch da! Wieder schauen! Wieder schauen! Geh weg da, oder? Oh, oh! Scheiße! Oh, weh, oh, weh, oh, weh! Ich glaube, das ist schief gekommen. Alter, woher kommen denn die alle? Ich glaube, ich muss mit der Pistolen schnüller. Ho, ho, ho! Na, woher? Oh, weh, oh, weh, ich brauche... Ich brauche... Wie, 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 warte, 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 warte. Schnell... Schnell trinken. Ja! Oh, der Fuchs! Alter Fuchs! Das war jetzt sehr knapp. Kurz vor dem Sterben. Ich habe ihn verwendet. Ich habe ihn verwendet. Da. was we was was Ich weiß nicht, was wir sind. Ich habe dir gesagt, was er ist. Ich weiß nicht, was wir sind. Ich weiß nicht, was wir sind. Ist da jemand was? Na. Ich hab da. Aber was ist da? Ist da jemand was? Ja, ja. Ja. Kolm O'Driscoll, er nicht hier. Du hast uns gelegt. Komm her! Was? Du hast uns gelegt. Nein, ich nicht! Du hast! Kolm O'Driscoll nicht hier! Er war hier, ich versuche! Ich meine, ich... Wenn ich dich aufbauen würde, hätte ich nicht geholfen. Das ist ein guter Punkt, Arthur. Okay, dann geht's, raus. Ich werde dich nicht aufbauen. Ich habe dich nicht aufbauen. Du hast verloren. Ich lasse dich weg. Jetzt geht's! Geh raus! Das ist so gut wie ich mich! Out da, ohne dich, Kolm O'Driscoll wird sich über diese Gedanken verlieren. Also? Also, ich bin mit dir jetzt. Gib mir eine Pause. Okay, dann. Aber ich werde dich warnen. Oh, ich weiß. Komm her! Du hast Geld, dann? Was Geld? Ja, meistens ein Geld. In der Knie. Ich werde das. Ich habe das. Ich werde das. Ich werde das. Also. Ich werde das. Ich werde das. Dann. Das. Das ist richtig. Ich hoffe nicht tauschen, oder? Ich habe ja nur 2 Schuße. Naja sicher, beim Repetieren glaube ich auch nur 2 Schuße. Aber ich weiß nicht ob die besser ist. Das ist die Frage. So, was will da was sein? Was nehmen? Und da liegt der Ködomadum. Und was ist das? Was nehmen? Na komm. So. 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 Yo. speed địchse- Was. Da noch was Da ist schon eingedurchsucht Gut Also ich Find da nichts mehr am Tisch Ist auch nichts mehr oder? Da Ja Ich hab ja alles Aber es ist noch gelb Es ist noch gelb Da muss noch was sein Oder muss ich die Waffen wechseln? Ich will die aber nicht Ja das war's na super Und der ist Chad oder was? Na ja Vielleicht der kommt von Jack Na ja Mhm, mhm. Ja, das würde ja auch nicht sein. Warum wäre das nicht? Warum geht der nicht weg da jetzt? Also die andere wieder hin oder was? Was ist die Kamera da? Wo ist die Bühne? Fliegen, also. Mein Gott. So. So. Es fliegen was. Oh, das wird nicht mehr. Aha. Dann wird es besser. Okay. 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 So. 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 Oder hätte ich 4 mit dem Messer, ich habe nur 3 mit dem Messer. Lade 12 Kopfschüsse habe ich nicht. 80% Neuigkeit dürfte ich auch nicht haben. Na gut, Bounce. Ja, habe ich vorher nicht gewusst, was ich da mache. Egal. Ist mir egal, kann jederzeit wiederholen. Passt weg. Erledigt. Jetzt ist die Frage, ob ich die Winchester gehalten habe oder die, die ich habe. Ich habe viel mehr Schuss bei der. Was ist jetzt mit der Waffe? Warte, die sind gerade da klein. Vielen Dank. Ah, das ist ein Flinkengeschoss, ok. Was ist jetzt wieder? Wieso ist das jetzt rot? Ok. Was ist jetzt passiert? Sind irgendwo Feinde, hm? Wo sind die anderen? Haben wir die da jetzt alleine zurückgelassen? Oh oh, die kommen zurück, oder was? Na komm, steig auf, Alter! Ich habe noch zu lange Zeit lassen, ne? Oh oh oh, sind die schon zurückgekommen, die anderen? Alter! Oh oh! Oh oh! Was geht denn da jetzt? Aber immer denke ich habe Zeit. Nein, jetzt renne ich... Alter, jetzt schaue ich auf die Minimap und reite voll gegen eine Bahn. Iiihihihihi. Alter! Ach Gott! Da läuft noch nicht alles so richtig rund. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss zu unserem Lager. Schauen wir mal auf die Karte. Ah so, die wollen mein Kopfgeld, ich habe schon den Kopfgeld 20, sehr schön, so, wo muss ich hin, da muss ich her, so, da muss ich in die Gegenrichtung, in der Postmeisterei zahlen, ja, wenn ich das nächste Mal komme, wenn ich schon am Weg zum Lager bin, nehmen wir ein Viecherl mit, ist sicher nicht schlecht, wenn wir das ins Lager bringen, komm her, hier schillen. Soll ich die, die Frau, die Frau? oh yes Ich denke, das ist ein Seagut. 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 Frau Jones. Hallo, Pearson. Jetzt bin ich ganz anders. Was wäre denn das jetzt? Ich würde es dort anlegen. Beim Fleischermeister. Wenn wir es halten. Ich denke, das ist ein Seagut. So, wo ist denn meine Unterkunft? Das heißt, tschüss Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch die Folge gefallen hat, und wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst mir doch ein Abo da. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Würde mich echt auf ein Kommentar freuen. Ich beantworte jedes Kommentar. Tschüss. Pfiat euch. Dere Baba. Euer Dad. Ich bin raus. 재� halmber. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.